In die Räume rein, checkt alles, wenn du Minustemperaturen hast, dann kommst du zurück, sagst Bescheid und wenn ihr Fingerabdrücke habt, kommt ihr auch zurück, dann, also sobald ihr einen Hinweis immer findet, sofort zurück zum Van. Es sind entweder Fingerabdrücke oder... Okay, ja, dann legen wir los, würde ich sagen. Fingerabdrücke, Fingerabdrücke oder... Danny, 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 du musst das EMF noch mitnehmen. Ja, mach ich, ganz kurz. Wir machen ein Team und wir machen ein Team. Ich, ich hab einen guten, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss ausdrücken, um zu lachen. Danny, nimm doch das EMF. Es sind entweder Fingerabdrücke oder Fettflecken, dann ist es Saint. Let's get it, let's go. Wenn irgendwo ein Arzt ist, ist es Saint. Stolz der Gameabdrücke. Ich geh da jetzt rein. Ich geh da jetzt rein. Ich bin auch ready, also let's get it, fertig. Ich weiß nicht, ob er rauskommt. Ich geh raus. Ich bin auch ready, aber ich bin da und nicht frei. Es ist das Kack. Kann ich nicht mehr. Es ist das Kack... Es ist das Kack. Ich geh das Kack. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Es ist das Kack. Ich bin... Nein!